Das sind wohl die Privatgemächer. Niemand mag meine Antworten. Ich habe viel von dir gehört. In der Erde liegt eine Kraft. Eine alte Energie. Urkraft. Für Unwissende ist sie harmlos, unsichtbar. Doch man kann sie... Kanalisieren. In eine produktive Form bringen. Bisher wurden nur kleine Mengen kontrolliert. Aber... Mein Traum war größer. Besser. Was habt ihr mit Aaron in Moira gemacht? Als der Stein brach und das Buch zerstört wurde, ging die Energie auf sie über. Der Kontakt mit dieser Quelle hat schlimme Konsequenzen auf Geist und Körper. Ich weiß, was passiert. Wo ist das Mädchen? Ich wollte die Energie entfernen. Aber als er Aaron aus Moira entführte, ging mein Traumort dahin. Von wem reden sie da? Aldous hat das Mädchen genommen. Du kennst ihn besser als Orion. Mein Bruder. Wir wuchsen getrennt auf. Aber ich brachte ihn zur Familie zurück. Zu den Erweckten. Wie wir konnte er die Urkraft spüren. Er war auch bei der Zeremonie, dem Ritual und half. Doch nun wollen seine Fanatiker den Stein. Warum nahm Orion das Mädchen? Er muss sein neues Ritual planen. Und du warst ein gehörsamer Hund, wie es scheint. Erst ließ er dich Cornelius' Ring stehlen. Hm. Dann das Buch. Der Stein aus dem Bergfried. Wenn er nur noch das letzte findet. Dein Auge. Du warst da, ich erinnere mich. Du bist das letzte Teil. Viel Glück mit meines Bruders Pack. Ho. Damit konnte man ja nicht unbedingt rechnen. Die nächsten Gäste sind da. Während sie alles niederbrennen, gehe ich zum Zeremonienraum. So ist er abgeschlossen. Für Orion. So. Und das Buch. Now. Okay, jetzt zurück. Ich gebe nicht auf. Niemals. So. 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 Das ist meine Chance, mich zu bewähren. Das ging schnell. Das ist meine Chance, mich zu bewähren. 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 Ich darf keinen Schatten nachjagen. Ach, kommt schon, Leute. Was ist denn hier los? Oh, hier. Sieht so aus, als... Wenn ich ihn finde. Er kommt gleich bei mir vorbei. Der Schmerz in meinem Schädel nimmt zu. Nein, du siehst mich nicht. Natürlich habe ich hier gespeichert. Hier drin speichern wäre auch zu easy gewesen. Wenn er klug ist, fürchtet er die Götzen. Ohohohoho. Ohohoho. Wo? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Wieso? Sind das? Drei? Ein Dieb sollte nie zum Ort des... Erstmal speichern. Wer weiß, was noch passiert. So. Diesmal ganz langsam. Vielleicht gehe ich diesmal rechts rum. Gott, er hat mich ja schon gesehen. Ich bin Wachmann. Ich bin Wachmann. Was glaubt ihr, was er da tut? Wo muss ich hin? Ah, hier ist kein Indikator. Ich muss es selbst finden. Ich bin Wachmann. Was glaubt ihr, was er da tut? Was ist da oben? Oh. Ist das ein Knopf? Oh, der ist zu offensichtlich. Oh mein Gott. Der war viel zu offensichtlich. Was ist hier los, Mann? Geht da gar nicht. Nur gut. Oh. Ist hier jemand? Ich glaube nicht. Aber hier ist was zum Clown. Ist das überhaupt noch Clown, wenn das so einfach so in der Gegend rumliegt? Das könnte auch einfach nur mitgenommen sein. Ist das eine Falle? Nein. Nein. Was haben wir hier? Dokument. Oh Gott. Hm. Oh, ein Seilpfeil. Jetzt wenigstens mal, ähm, wertvolles Zeug. Das ist das Ursteinfragment. Aber was ist das für eine Vorrichtung? Egal. Ich muss das gute Stück da irgendwie rauskriegen. Ich war zu, so Resonanz gebracht werden, aber die Entschuldigung dringend. Was? Ja. Scheinbar soll ich das Ding möglichst schnell drehen. Dann geht die alles kaputt und ich kann's einfach rausholen. Aber ich könnte wetten, es gibt sowieso nur einen Knopf dahinten, den ich machen betätigen kann. Also alles egal. Dokument. Bla, 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 bla. Also in den alten Teilen gab's auch schon irgendein komisches, komische Macht oder irgendein Scheiß. Magie oder irgendein sowas. Aber es hieß nicht Urkraft. Tja, was soll ich tun? Wenn ich mir alles um die Ohren fliege, gucke ich mir erstmal alles an. Kann ich ja runterhüpfen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Nur... Warte, hä? Wahrscheinlich muss ich durch das Wasser hier fliehen. Kann hier nichts tun. Oh, ich kann hier draufhüpfen. Oh. Das war's. Ist etwas lame. Aber mehr scheint hier nichts... Nicht zu geben. Nein. Für'n Geldbeutel. Naja. Ah, da ist schon ein Riss. Was gibt's hier? Noch was zum Lesen. Bulbulbulbulbulbulbul... Lesen, 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 lesen... Oh, da komme ich noch nicht hin. Ich muss wahrscheinlich tatsächlich unten den Hebel tätigen. Mal gucken, was hier passiert. Ich weiß nicht, was diese Maschine soll, aber ohne Stroh macht sie gar nichts. Ah, okay. Die Resonanz kann ich ja mit herstellen. Also etwas Saft geben. Ich speichere vorher noch. Oh, liebe Leute. Sieht das so schon nicht gut aus. Ah, da ist noch ein Riss. Ja. Das sieht gut aus. Noch Wunderes. Da unten. Ah. Na. Mehr Stoff. Oh ja. Ja. Ach, da gibt... ...sogar mit Brücke. Das Heilmittel! Nimm ihr Blut! Nimm ihr Blut! Und gut. Warte. Ah, leiser. Was ist das? Der Meister Diem? Komm ich ungelegen? Wie ungeschickt. Verzeih mir. Seit unserem ersten Treffen bin ich etwas ungelenk auf diesem Fuß. Früher tauchte man Hände von Dieben in heißen Teer. Garret. Aber deine stelle ich mir auf den Kamin. Hoho! Schöner Abgang. Ich hab hier aber Punkte zum... zum Verteilen. Scharfsinn. Was war das? Ich kann die Geräusche höher sehen. Kampf. Tempo. Effizienz. Scharfschütze. Tarnung. Das ist nicht schlecht. Scharfsinn. Ich glaub, das ist besser. Scharfschütze. Auch aus. Ja, das ist besser. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Schwochen. Schaff! Auch was geht. Heute Nacht stirbt der Baron. Tja, ja. Ähm, ja. Darunter? Nein. Ach, das war doch die Sicht von der Intro-Sequenz, oder? Ja. Hm.